Hallo Leute, willkommen heute zu Fun with Rattles und heute haben wir einen neuen unglaublichen Tag mit mir. Also hallo Leute, ich bin Abdul Raffi. Willkommen zu Episode 2 von Fun with Rattles. Wenn ihr das erste Episode mochtet, dann macht auch immer nochmal die Daumen hoch und heute auch mit dem zweiten Video. Also ich hatte eine Idee gehabt, was ihr heute machen könnt. Also ja, das wäre jetzt schon mal ich. Ich würde mich jetzt auch heute mal verändern. Dann machen wir das für erstmal Kratze-Kratze-Dom. Also Entschuldigung, ich wollte das dann ja nicht so. Lassen wir mal Orange heute mal machen. Ja, Orange. Okay. Also, ich bin jetzt wirklich froh, was wir jetzt machen werden. Wir machen eine Burg. Und dafür brauche ich welche Blöckern. Also ihr könnt euch heute mal meine schönen Blöckern vorstellen. Ja, das wird eine schöne Burg, muss ich mal sagen, die wir aufbauen werden. Und ich habe so irgendwie gedacht, dass ich bis jetzt noch, bis jetzt nur eine einzige Burg oder noch keine gemacht habe. Dann habe ich gedacht, dann mache ich das besser mal hinter mich so. Was auch wirklich viel Spaß macht. Du kannst auch Kanonen nutzen, was wir auch heute mal ausbenutzen werden. Ich bin gespannt mal auch, weil Kanonen nütze ich wirklich selten eigentlich. Aber es gibt eine Kanone, die so gut ist, die vielleicht ich noch nicht so eher so nützen werde. Nur so als ein Fall für Ausprobierung. Falls die anderen noch nicht so gut gehen. Nein, aber nicht. Also ich habe vorgeschlagen, wir machen die Zombie-Survival. Also wie hält euch denn dieser Name? Also wir müssen über diese Zombies raushalten zu leben. So sollte ich schon mal sagen. Und der letzte Küben-Makaroni. Eins. Okay. Ich muss mir das von der anderen Seite, damit ihr auch sehen könnt. Und wir würden natürlich auch eine Tür machen. Also da wohl die Leute, die attackieren, rein können. Aber ich mag noch extra vielleicht eine Tür, damit es cooler aussieht. Ich weiß nicht so genau, ob die Tür vielleicht perfekt passt. Wenn ich jetzt bloß nur braun hätte. Ich meine, ich habe schon Farben, aber nicht alle. Und naja, ich meine, weiß und orange steht wirklich gut. Und hier wird jetzt das Tor gemacht. Und ich habe mir auch überlegt, dass wir vielleicht eine Arena machen könnten, rein. Nein. Nein. Aber ich habe so dann gedacht, dann noch einmal, naja, wir machen keine Arena, weil es zu viel am einen Tag. Also du kannst verschiedene Burgen machen. Ich habe sehr viele eigentlich gemacht, aber da wusste ich noch nicht, wie man die Welt so sehr speichern kann. Und dann, naja, habe ich die alle umsonst gemacht. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist wirklich, 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 das ist ein schönes Level, ey. Du, also, das ist Level 999. Ja, so ein kurzer Level. Und jetzt brauche ich nur noch irgendwas, was gut passt. Oh, wie wäre es mit Gold? Okay, na schön, das wäre, ja, das ist gelb. Aber wir würden dann so tun, als wäre es Gold. Auch wenn es leider kein echtes ist, aber naja, in der Sonne würde es so aussehen. Naja, hoffentlich. Nein, 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 ich habe eine bessere Idee. Wir machen die hinteren aus gelb. Also zum Beispiel eigentlich schon mal so gold. Und jetzt noch für die Türbeschützung. Das sind Kanonen. Das sind Kanonen. Wir haben Player Rackdoll. Defender. Cube. Ja, wir brauchen eine Cube-Cannon. Ja, wir brauchen eine Cube-Cannon. So, so unten, wie jetzt gehen kann. Ich schaue, ja. Okay, hier ist eins und das ist das zweite. Ich brauche nur noch so ein, noch zweimal Blocker, so. Und die will ich mir in Farbe, so. Nehmen wir nicht grau. Rackdoll. Ja, wie, nein, das besteht auch nicht so gut, eigentlich. Dann misselte ich alles. Nehmen wir Brot. Oder Black. Ja, Black. So, das wird schon wirklich gut. Und jetzt, für das Tor brauchen wir ein, so, zwei Bomben sollten reichen, sonst ist es so anstrengend. So, das sollte reichen. Wenn wir jetzt so viel machen. Bitte mal. Ach, das kennt ihr noch nicht. Jetzt soll, was sollte ich jetzt tun, mal machen. Ein Portal versichert. Glasers? Lasers? Nein. A black hole. Nein. Dafür nehme ich Rot und platziere für mich ein wunderschönes, so, zum Beispiel würden sie schon reinschaffen. Also, in einem Augenblick, ähm, mein Papa muss jetzt einmal grüßen. Ja. 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 Ja.